herzlich willkommen zu einer neuen folge high on life wir werden jetzt mal schauen wie man es nächstens killen können also ran an die wurscht g3 leider für forschung und entwicklung erst für die entwicklung der warp basen technologie verantwortlich und ist wahrscheinlich der glückste kopf innerhalb der g3 allerdings sieht er sich gerne als einsamen wolf weshalb er normalerweise kaum in erscheinung tritt und sein eigenes warp basislabor nur selten verlässt ich hätte tschuldige mich schon mal dafür dass ich ein bisschen nicht so richtig eine stimme habe ich krieg es einfach nicht los garmantus was more more than we already have our team is mostly guns trust me we need this plug sent over the details on an extremely powerful gadleon oh shit another galleon that's right supposedly is in the possession of another g3 officer a scientist named dr. john giblets and guess what I can't find shit on him I don't even know where he is okay so we do we do it the old-fashioned way and ask around maybe we find out his coordinates and whopper men I'm sending you to blim together intel I don't know I'm fucking tired kid maybe you'll appreciate me more if you do my job okay gene all right try to find them ourselves all right so gut and just head out into blim oh and before you go you might need a little extra help I went ahead and unlocked the new feature on your bounty suit you're welcome also bitte nicht wundern wenn ich teilweise einfache bissel huste oder so was also bitte nicht wundern wenn ich teilweise einfache bissel huste oder so was ja die tiefenmodus ich bin hier die ganze Zeit willkommen zum detektiv-mode ich bin hier die ganze Zeit willkommen zum detektiv-mode ich bin hier, um dir zu helfen, alle diese wirklich riesige mysteriösen plötzlich? mit dem fucking detektiv-mode? warum haben wir die ganze Zeit nicht mehr access zu okay wir gehen ein paar einheimische befragen mhm vaut klack hey uh did you know anything about dr giblets? what are you talking about? hey there it's me sudo looks like you're trying to interrogate a suspect let's ask them some questions i'm really sorry i don't know who that is but good luck i guess hope you find them what? why do you care? if you must know, i had to be a bad thing in the world, i regret it i don't know why i know many i don't know why i know many do i look nervous? oh jeez, you make him nervous with this interrogation am i what? what is it with you and this dr giblets guy? my name is craig and i'm really sick from eating a lot of sandwiches leave me alone weh du kotzt mich an they didn't know anything that was a real D rank interrogation sorry oh well maybe you can just find more people to interrogate you'll get it next time der hat, der könnte, der sieht so aus als könnte der what the hell der hat, der sieht, hallo, ich will mit dir reden oh my god, you found the kid a drum, right? is this for him? can you have it? eh, ja ja, hier ist yours, enjoy oh, thank you so much, he is so excited and grateful ah, stimmt, die hab ich doch oben gekauft thank you so much well, what do you know? der HX ist ziemlich gut yo hau die beats das ey, mussten wir jetzt endlich den typ finden hey, tough guy, we're looking for a dr giblets you got, you got any leads? slick what the fuck are you talking like that for? oh, jesus christ, leave me alone what's my whole deal? like, who am i? what do i do? well, my name's jackie t pooperton and what i do is tell you to fuck off what, you, the drug guys? no, i don't have any fucking ties of the evil drug englomerate i'm a normal person trying to live a normal life in the city why in the fuck would i have any time to be free? i don't know and i don't give a shit, i'm busy you need anything else or can i fucking go? hm, ist die angepisst hm, ist die angepisst oh, immerhin, c rank wie sieht's mit dem koch aus hey, what's up, lordo? you, you know anything about a, 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 where we could find a guy named jib, dr giblets? whoa, 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 what did you that name? you can't just go asking around town for a guy like that what, why, whoa, whoa, what's wrong with asking about dr giblets? i don't know, why do you think i know anything about dr giblets? i don't know nothing now buy something i'll beat it, buster i am a fuffelguffin oh, 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 good choice oh, good choice oh, we have a skatepark warpscheibe skatepark warpscheibe massenbahnschienen ah, now we have nothing did blordo seem a little dodgy to you? i swear i feel like he's hiding something that's right, yeah, let's come back when we know a little more and see if we can push this guy over the edge hm hm wo könnte der, der ist lila, ey, du du, du, ja, du siehst schon eh ja, danach aus, wenn du was wissen oh, uh, sure uh, what's this about, can i ask shh, hey, quiet don't say his name so loud i can't help you, but blordo can mention my name, michael taint then he'll talk but no cracks about my name hm 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 uh, yeah everyone knows about the g3 it's just, we shouldn't be talking about him in broad daylight like this, you know oh was hast du gestern Abend gemacht yeah, he's really bad at it, so i won a few hundred pesos it was a great night hey, thanks for asking about my night, pal it was nice of you, you take an interest in people that's admirable oh well, sure yeah, i don't really have any moral issue with accepting a bribe sounds like a win-win actually, i get money, you get info but, uh, come to think of it the g3 will kill me, so, uh how about no holy shit, wow we actually have something we can use okay, uh, that was an A rank interrogation good for you A rank, uh, 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 uh has to us etwa was for heimlich, blordo cool look, i said i don't know nothing about dr giblet so, leave me alone unless you want to buy something, that's different you can still buy stuff from me, that's totally fine ah that piece of shit i'm gonna kill him look, if you're really looking for trouble maybe check out the new high on life story in the slums the hyperbong 6 midnight launches tonight but you should be able to get in by now just don't mention my name, i didn't say nothing now get out of here if anyone sees me talking here i'm dead thanks, blordo we had a good feeling you were a true ah, yeah wow great sleuthing detectives that was an S rank interrogation S rank so geh zu den hallo ich will slums wahren gegen die slums hin ah ja doch da müssen wir hin wie ich mal jetzt vier waffen na ja äh ups ich habe ja mal die falsche tasche gedreut die ne hey dude würde ich um die TORG gehen los kleine männchen die sind so cool die kleine männchen ich muss jetzt die ganze ab Junge stimmt mir nicht da stimmt da war die mutter die sind so einfach immer noch geist kann man sagen was man will kennen ist einfach am coolsten zack headshot headshot mehr kleiner mann ich bin okay okay nein das war die falsche taste das war die falsche taste ich wollte ihn übernehmen das ist das ist das ist das ist so dann halt so bam so kümmere dich um die torque gang wo ist der Rest jetzt ich will jetzt da wirklich einmal außen rum latschen ich will jetzt da wirklich einmal außen rum latschen das ist das ist das ist das ist das sehe das darf das darf zwar naja doch funktionieren ok shit das könnte aber eher knapp wenn ich niemals da hoch ok ja sie funktioniert das war knapp holy shit war aber richtig knapp treibstoff ich hoffe dass ich mir jetzt irgendwo ein neues konto einrichten will wo müssten wir eigentlich überhaupt hin da müssen wir hin ok das war jetzt eigentlich eher zufall aber nehmen wir natürlich mit extra bonus muss man keine munition finden munition finden das wäre noch beschissene ach du lieber seit er da unten leuchtet ja alles blau warte mal ok da haben wir schon mal die erste von dem ding dass ich die nächste ich denke mal dass wir eigentlich dahin dann müssen die musik dazu ist halt einfach irgendwie witzig durch dringende explosions mord hier mit dieser verschenke gruß über eine alternative methode gegen einzusaugung aufladen und lose das um alles doch wo ist ein mod hier haben wir noch kein ein Hallo? Ich will den. Oh shit. Ich will nicht einsaugen. Warum kann ich denn nicht? Was ist das? Wir haben ihn verloren. Stirbhalze. Oh, herrlich. Oh shit. Das war eine. Oh wow. Da hatte ich die falsche Tasche. Wo ist der Scharfschütze? Wo ist der Scharfschütze? Ein bisschen Scharfschütze. Ah, da. Zack. Kani legt so um. Zack. Die erledigen die Arbeit für mich. Was ist der Plan? Ah, Deutsche. Äh, Deutsche. Menschen. Nein. Können vielleicht auch Deutsche sein. Shit. Oh man. Aber ich meine natürlich Menschen, die mir zurückwarben können. Da unten ist noch einer. Was ist denn bei euch falsch, ey? Oh. Oh, die haben diesen. Anzug an. Ich komme nicht weg. Wie vital wäre das denn? Okay. That's right. Wenn die einen Scharfschütze. Ja okay. Aber ich habe das hier schon bedürfst. Oh. Oh, die haben die gerade richtig gegeben. Oh, ich habe das blöde Gefühl, dass das in dem Mund noch Hey, da ist aber keiner mehr. Wir müssen auf jeden Fall hier rum. So. Anfahrt. So. Nächster Befahrt. Aber ich will. Oh Mann ey, das sind. Ey, das sind einfach zu viele Kisten. Einfach zu viel Loot scheiße. Ah, nein. Egal. War da vielleicht noch was Wichtiges? Nein. Äh, wo geht es aber weiter? Ich weiß noch, ob es da weitergeht. Oh, doch. Ich bin schon ein wenig angepasst da drüben. Beyond the Stars. Verlassen von Flippi. Jawohl. Äh. Arm hier. Kenny, zeigt euch das Alter, wo es lang geht. Oh, boah, ist das voraus. Da hängt schon wieder solche. Oh, und voll daneben schossen wir da mit einem Spezialangriff. Yes. Weckenatzt, zack. Uh, uh, uh. Ist wieder die Tanzskills, hä? Hm? Habt das gesehen? Ja. Wo geht's euch? Wir sind wie ein Drone. So. Wir kommen hier immer noch auf den richtigen Weg. Das muss die High on Life-Store sein. High on Life. Aber, Leute. Es ist zwar vielleicht eine etwas kürzere Folge. Aber wir sehen uns dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Checkt gerne die Videobeschreibung aus. Da kommt ihr auch auf Twitch, Instagram und so weiter. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ein Like da. Na, bis zur nächsten Folge. Ciao.